Wer ist Stiftung Burundi Kids Schweiz? Das Ziel von Burundi Kids Schweiz ist es, der Bevölkerung Burundis allgemein und Waisen- und Straßenkindern im Speziellen die Chance auf eine lebenswerte Zukunft zu geben. Dies machen wir, indem wir die Fondation Stamm vor Ort direkt unterstützen. Diese wiederum wurde von Verena Stamm gegründet, die seit den 70er Jahren dort mit ihrem Mann lebt und die Probleme der Menschen kennt. Mit ihr als Partner baute die Stiftung Burundi Kids Schweiz ein komplettes Spital, das um eine Gynäkologie und ein Kinderspital erweitert wurde. Das alles hat viel Geld gekostet, das tolle Menschen mit einem großen Herz gespendet haben. Das erste große Ziel ist erreicht. Nun geht es darum, den Unterhalt des Spitals zu sichern. Die Gehälter des Personals, Ärzte, Pflegepersonal, Büro, Reinigung müssen bezahlt und Medikamente eingekauft werden. Helfen Sie den Menschen, den nächsten Schritt zu gehen. Unterstützen Sie das Projekt mit einer Spende.